Meine Damen und Herren, was ist schwarz-weiß, hat vier Beine, Helmut Zahn und sein Keyboard! Jetzt wollen wir wieder mal wunderbar ein schönes kleines Lied improvisieren, aber zuerst einmal brauche ich Ihre Hilfe, meine Damen und Herren. Ihr geht doch einfach schon mal in die Mitte, da wo die Frau Schnauze-Singers hingehören. Und von Ihnen bräuchte ich jetzt vier deftige Speisen. Was war das? Pansen! Das ist aber sehr deftig. Moment, ich nehme jetzt mal eine von hier. Lapskaus! Was? Haxe! Moment, ich komme zu euch. Lapskaus! Lapskaus! Das krieg ich jetzt wieder, oder was? Hättchen Leber! Ach du lieber! Hättchen Leber! Hättchen Leber! Ameisenkotelett! 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 A-meisenkotelett! Was hab ich schon gesprochen? Wer hat was? So, ihr Lieben, es gibt jetzt ein ganz schönes Lied an die Frühlingsdiät. Das ist sozusagen eine Ode an die Topmodels dieser Welt, jetzt alle eine Frühlings-Diät machen. Aber um das Ganze ein bisschen schwieriger zu gestalten, müssen die jeweiligen Kandidaten die ihnen zugeordneten deftigen Speisen in diese Ode an die Frühlings-Diät einbauen. Natürlich. Also. Mein Name ist Lars und ich habe viele Chancen bei den Frauen, denn ich hab so viele Pflanzen auf meinem Pansen. Im Großen und Ganzen. Ist das wunderschön. Ja, was ist denn du? Du musst doch überlegen. Ach so. Mein Freund sagt, ich bin zu fett. Ich darf keine Hax mehr essen, das sagt der Maxe. Deswegen lauf ich schnell aufs Klo und kotz alles wieder aus, weil ich bin zu fett. Oh, ja. Sie ist zu fett. Fett, fett, fett. Oh, ja. Oh, ja. Wir machen eine Frühlings-Diät. Frühlings-Diät. Oh, no. Weil dafür ist es nie zu spät. Nie zu spät. Oh, no. Nie zu spät. Wir machen eine Frühlings-Diät. Frühlings-Diät. Das ist der Refrain. Weil dafür ist es nie zu spät. Den muss man wiederholen, bis man sich erfricht. Oh, fiese Sachen. Fiese Sachen bringen mich gar nicht zum Lachen. Ich find euer Speisen nicht nett. Ich ess ein leckeres Ameisen-Kotelett. Das ist sehr, sehr, sehr gewohnt. Hey, yeah. Oh, sehr gesund. Und es macht nicht rund. Nee. Ich esse Laps-Kaus. Sie ist Laps-Kaus. Gau, jetzt seh ich immer noch scheiße aus. Na, ja. Laps-Kaus ist kein Augenschmaus. Doch er kommt von mir zu Haus. Wir machen eine Frühlings-Diät. 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 Weil dafür ist es nie zu spät. Oh, ja. Na gut. Baby, lass uns tanzen. Wir machen eine Frühlings-Diät. Baby, lass uns tanzen. Baby, lass uns tanzen. Bewege deine Tanzen. Weil dafür ist es nie zu spät. Bewege deine Tanzen. Ja. Wir machen eine Frühlings-Diät. 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 Yeah. Weil dafür ist es nie zu spät. Patsen, Axel, Laps, Kaus, Ameisen-Kotelett. Das wäre sehr nett. In der Frühlings-Diät. Für dich ist es nie zu spät. Schick das aus, Baby. Nee, Frühlings-Diät. Schick das aus, Baby. Ja, ja, ja. Du hast ja noch was geklingelt. Ich mach keine Poliziere. Dann bin ich gleich wieder nah. Völlig frei. Völlig schwarze. X, X, L. Und die Zeit ist wieder so verflogen, meine Damen und Herren. Freischnauze XXL. Wir freuen uns auf Sie. Dennis Bender, Mia Büss, Kaunin Kebebüss. Und ich darf hier auch verabschieden. Gute Nacht. Friedrichsdien! Gute Nacht. Friedrichsdien! Friedrichsdien!